Ich bin Richie Lance. Ist mir ein Vergnügen. Zeit für eine verrückte Geschichte. Ich war ein Rock-Tour-Manager. Und das sollte ich eigentlich tun. Ich sollte eigentlich mit meinem Star auf Tour gehen. Nach Afghanistan. Du singst vor 2000 geilen Soldaten. Ich drehe durch. Oh mein Gott. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, ob du kotzt oder lachst. Ich würde mich sehr über eine Junior-Executive-Suite freuen. Aber auf jeden Fall hinten raus. Raus aus den Federn. Deine Kleine ist weg. Sie hat meine Papiere und mein Geld geklaut. Ich bin total am Arsch. Willkommen in Afghanistan. Toll, bei euch zu sein. Was zur Hölle mache ich hier? Richie Lance, ich bin Talentscout. Wie geht's euch denn so, Jungs? Assalamu alaikum, ramanu alai barakatuh. Klingt doch geil, Baby. Willkommen im Jungen! Es muss doch ein Grund dafür geben. Ninja, das muss Schicksal sein. Ich muss nach Kabul. Ich muss singen. Okay, Schätzchen, ich will 20%. Zurück in den Kofferraum. War ein Spaß. We can make each other happy. We can make each other happy. Smoke on the water. Fire in the night sky. Danke. Haben Sie vielen Dank. und garlamen. Daesh. Type. Was.